Hi Leute, heute mache ich mal ein kleines Infovideo über das Update, was zu 99% am Freitag, den 28. Oktober kommen wird. Also ungefähr über morgen. Und ja, ich will euch ein paar Sachen zeigen, ein paar Bilder, ich kriege zwei Bilder. Und ja, dann mache ich kurz mal einen Cut, bis wir in den Bildern sind. So, einmal die neue Arena, die eventuell kommen wird. Da ist sich noch niemals sicher. Das ist eine Grusel-Arena, wo es dann die neuen Karten geben würde, wenn die neuen Karten kommen. Hier ist ein erneuter Screenshot davon. Hier schwimmt nämlich auch ein Skelett da drin, in dem Sumpf. Und ja, ich finde das ganz nice. Dann hier ist ein Spell, der kommen wird eventuell. Hier ist ein Spell, das es im letzten Video erklärt hat. Also schaut da mal vorbei. Und da habe ich in meiner Control Deck rausgesucht, das ist ein altes Video. Hier sind ein paar neue Karten. Das ist meine Gruppe für meinen Karten. Hier ist die Halloween-Chest. Wenn diese kommen wird, werde ich mir sie auf jeden Fall holen. Und hier ist unsere Halloween-Arena, von der ich geredet habe. Hier ist der Screenshot. Der ist nicht ganz so gleich wie die andere. Aber egal. Das wird dann Arena 6 sein. Also dann wird alles über der Bauarbeiterwerkstatt hochgeschoben, inklusive der Bauarbeiterwerkstatt. Und das war es dann. Und hier sieht man noch den Spell, den ich euch gezeigt habe. Den anderen Spell. Und einen dunklen Babydrachen, wenn ich das richtig sehe. Und was es ist, weiß ich nicht. Ein Medaillon oder so. Und dann gucken wir mal nochmal in Glash Royale. Glash Royale lädt im Moment. Und gleichzeitig frage ich euch nochmal, was ich an Spielen noch let's playen soll. Ich weiß nämlich noch nicht, was ich als nächstes Spiel machen soll. Ich bin mir ganz unsicher. Ich mach mal so einen Kampf. Ich weiß nicht, ob das was geben wird. Und ja, nein. Das zeige ich euch im nächsten Video. Die ganzen Spiele, die ich noch habe. Die ich dann gameplayen könnte. Ja, mal gucken. Schöner Freeze. Was aber schlecht ist, dass der andere Turm auch noch drauffeuert. Und das war brutal schlecht. Was mach ich denn hier? Oh nein, er spielt meiner. Meiner, 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 meiner. Nicht sehr gut. Nicht sehr gut. Hoffentlich hat er kein Miner Control Deck. Für die Leute, die das nicht wissen, was es ist. Ich weiß es selbst nicht. Ich weiß wirklich nicht, was ein Miner Control Deck ist. Ich guck mal, die Prinzessin den Dings fokussen. Und das war das Schlechteste, was mir je passiert ist. Es tut nicht gut, das anzusehen. Das ist perfekt. Die Kobolde gegen den Ice Mage. Das wird ein bisschen scharmen. Nein, die passt. Ähm, Kobolde, ich will mal kurz eliminieren. Nicht schlecht. Ja, was spricht. Auf jeden Fall. Ich hab keine große Hoffnung, in der Herausforderung daraus zu heißen. Kann ja sein. Muss nicht. Prinzessin kurz mal. Mitnehmen. Ich glaube, das wird nichts mehr, diese. Folge. An meinem Geburtstag, wie gesagt. Wie oft soll ich es euch noch sagen? Das ist der Samstag. Da werde ich... Ah, der Sip war schlecht. Da werde ich ein Turnier machen, das ich mit euch verfolgen werde. Ein Turnier, wo ihr leider nicht mitmachen könnt. Nur, äh, also meine Community darf mich mitmachen. Das ist... Das mache ich das nächste Mal. Ähm, ich werde es so machen. Ich mache mit meinen Freunden, die am Geburtstag da sind. Und die gucken dann, also die machen dann alle mit. Und ein Chest Opening mit einer Supermagietruhe. Ein paar Magietruhen. Und noch... mehr. Und ja, das haben wir eindeutig verloren. Ich kann mal gucken, ob ich ihn noch ein bisschen stressen kann. Nicht schlecht, gutes Spiel. Ja, das ist aus. Wie gesagt, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Viel Spaß und haut den Like-Button. Wenn wir die 10 Likes erreichen können, hört sich ein bisschen dumm. Dann würde ich mich ziemlich freuen. Dumm an. Tschüss. Tschüss. Tschüss.